Ja, moin moin, kurze Info, äh, und zwar geht es sich um Battlefield und Lago Venge. Zum ersten Battlefield ist irgendwie gelöscht worden, beziehungsweise deinstalliert worden, nicht von mir. Und, äh, Moment mal ganz kurz. Okay, ich wollte was ausprobieren. Äh, und, ja, muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich das jetzt nochmal neu spielen soll, irgendwie zum dritten oder vierten Mal. Aber das ist auch langweilig für mich und dann auch für euch, wenn ich das alles schon kenne. Ähm, zum zweiten Lago Venge und zwar ist das Problem, ich kriege es nicht installiert. Weil es war wohl irgendwie schon mal installiert. Und, äh, ja, da wollte ich das halt letztens nochmal installieren, aber anscheinend hat meine Schwester auf Löschen gedrückt und nicht auf, äh, ähm, deinstallieren. Ja, und jetzt kriege ich das nicht installiert. Muss ich mal gucken, ob ich mir noch einen Fall lasse, wenn nicht. Dann brauchen wir ein anderes Projekt. Und das war's schon. Tschüss.